Einige kennen das Spielchen schon. Ich brauche drei Begriffe. Meerschweinchen? Was war das? Ach, das war gar kein Wort, das war nur so ein Ausflug. Orich. Orich. Meerschweinchen, ja. Und der dritte Begriff? Rittersporn. Rittersporn. Das sind ja völlig die Kochen. Was? Oh, wir haben eine Fluristin. Für die Fluristin. So, lieber das Beerschweinchen, Orich und Rittersporn. Moment. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Auf einem Bauernhof, in der Pfalz, bin ich gern auf Urlaub, jedenfalls, wenn ich Zeit hab. Bin ja meistens auf Tournee. Oder in London, wo ich wohn, niemals liegt dort Schnee. Oh, 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 oh. Und darum genieße ich es in der Pfalz. Seine oder andere Brot mit Schmalz. Oh, oh, oh. Und auf dem Bauernhof, da wandle ich. Und schüttle mein lichtes Haar im Sonnenwind. Oh, oh. Und wundern mich, was da für Tiere sind. Ich spähe durch die Hecke. Das Rittersporn. Ja, lafant. Da kann ich sehen, wo die Schweine stehen. Das hört ja gar nicht auf. Hey, da sind noch mehr Schweinchen. Ach, dieses Tiger, das hab ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als käme es aus Hessen, genauer gesagt aus Lorch. Es ist ein Lorch. Ja, das 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 ist ein Lorch. Ne 안� passenger.